Hallo bei Arctis.de. Heute habe ich das Arctis Pro Ultra Wakt Case für das iPhone 6 bzw. das neue iPhone 6s auf dem Leuchttisch. Das möchte ich euch einmal gerne vorstellen. Ihr seht, das ist ein zweiteiliges Case. Die Rückseite besteht aus einer kristallklaren Acrylglas-Harzschicht. Das ist also wirklich so klar wie Fensterglas, wie ihr seht. Und die Seiten sind umgeben von einer Silikon-TPU-Schicht. Das Ganze ist ein bisschen flexibel, liegt auch wunderbar gummiert in der Hand. Und eignet sich da perfekt als dualer Schutz für euer iPhone. Ihr seht hinten, die Kamera ist frei zugänglich und der Steg an der Seite ist auch leicht erhöht, sodass die herausstehende Kamera auch komplett in dem Case verschwindet. Also damit wunderbar auch auf dem Tisch liegt, wenn ihr das iPhone dann jetzt rückwärts auf den Tisch liegt. Und umgekehrt genauso, auf der Vorderseite sind die Seitenkanten so ein bisschen rübergezogen, sodass das iPhone-Display, also nicht direkt plan, auf dem Tisch liegt, wenn es halt andersrum mal auf die Tischfläche liegt. Die Kanten sind geschützt durch extra eingeschlossene Luftpolster. Das heißt, wenn euer iPhone mal beim Fallen auf die Kante fällt, wird es also zusätzlich noch gepuffert. Natürlich sind alle Anschlüsse frei zugänglich. An den Seiten seht ihr hier, die laut-leise-Regler-Tasten sind nochmal extra umhüllt. Unten frei Zugänge zu allen Ports und Anschlüssen. Also Lightning-Adapter, Lightning-Kabel lassen sich da so wunderbar mit dem Case benutzen. Und an der anderen Seite noch der Ein-Ausschalter ist auch nochmal geschützt. Auch nochmal ganz gut, dass er nicht zufällig mal eben gedrückt wird. Ist also dann auch nochmal ein bisschen ummantelt. Das erleichtert die ganze Sache auch noch. Alles in allem macht dieses Case einen hervorragenden Eindruck. Wie ich finde, ist eigentlich an alles gedacht worden, was man bei einem Case so beachten sollte. Und sorgt für hervorragenden Schutz eures iPhone 6 bzw. iPhone 6s. Gibt es jetzt bei Arctis.de und solltet ihr euch vielleicht mal näher anschauen. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Eine richtig coole Hülle von Arctis Pro.